Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, hoffentlich furchtbar spannenden Folge Empire und die Wahrscheinlichkeit hier Diamanten zu bekommen ist sehr hoch, aber es wird wahrscheinlich Dünger oder die Kiste. Mal schauen. Uh, 10 Diamonds, geil! Bam! Geil! Jünger! Guck mal, ich habe beim letzten Mal 10 Diamanten abgeräumt, geil! Und hier gibt das jede Menge Geld. Ja, wäre schön, wenn ich genau hier stehen bleibe, weil alles andere keinen Bonus gibt. Aber scheinbar kannst du das, was kein Bonus hat, gar nicht kriegen. Von daher, alles gut. Kann ich das noch ein bisschen? Uh, achso, ja, das wollte ich ja gar nicht. Huch! Hindukusch ist eine gute Wahl. Okay. Ja, genau. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wobei mir das eigentlich abgestürzt ist. Scheiß drauf. Gucken wir mal hier rein. Ach, guck mal. Ich könnte ein bisschen Skunk anpflanzen. Ach, die Kameras. Aus Gegern. Welche Überraschung. Also, Skunk, 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 Skunk. Na ja, okay, immerhin fünf Stück. Und jetzt erinnern wir uns, ich habe doch die Pflanze stehen gelassen. Und sehen wir da, da sind ein paar, also die vier Blüten, die da waren, sind glaube ich geblieben, wenn es dieselben sind. Aber wir sehen hier, entstehen neue. Ich lasse das mal noch stehen. Aber scheinbar habe ich recht und das wächst nach. Das ist sehr geil. Was ist hier los im Headquarter, im Hauptquartier? Ich kann auch schon ein bisschen kassieren, das ist geil. Und dann kann ich hier donaten. Ja, warum nicht? Nein, ich will nicht suchen. Was ist hier im Unternehmen los? Ist Julia überhaupt noch da? Ja. Na, guck mal drauf. Was geht hier ab? In einem Tag und fünf Stunden ist ein Zug-Event. Dafür sind wir auch registriert. Ah ja, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist die Story-Mission? Ah, okay. Ich muss noch zehn Chemdoc in der Apotheke einlagern. Dann holen wir das jetzt mal schnell nach. Ich brauche nur zehn. Zehn. Schön teuer machen und batz. Rein damit. So, damit ist die Story-Mission erfüllt. Es ist schön, einen dieser schicken Anwälte zur Abwechslung mal auf unserer Seite zu haben. Wo steckt Bernie eigentlich? Sollte er nicht für, keine Ahnung, emotionale Unterstützung hier sein? Er ist in einem Konferenzanruf mit der CIA. Er hat einen Anruf von der Central Intelligence Agency bekommen? Nein. Es ist die Council of Independent Agriculturalists. Agriculturalists. Nicht viel für uns zu tun, außer den Anwalt seine Arbeit machen zu lassen. Aber Kopf hoch, wenn es nicht klappt, kann deine Nichte immer noch bei uns anfangen. Danke Kumpel, aber sie will Ärztin werden und Leuten helfen. Hey, ich helfe Leuten auch. Mag zwar nur dabei sein, heil zu werden, aber zählt trotzdem. Lass uns ein paar Produkte anbauen, um auf andere Gedanken zu kommen. Ja, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Sie will Ärztin werden und Menschen helfen. Dann könnte sie doch sich Dr. Dino anschließen, der sich um die, der hier diesen Growl Room, sein, sein Eigen nicht, aber da ist seine, seine Ware drin. Und wenn ich schon mal dabei bin, könnte ich ja auch mal kicken. Ihr könnt ja mal kicken. Also Honig und, äh, Ich brauche einmal das. Und dann brauche ich einmal das. Natürlich, na klar, hoffentlich kann ich es wenigstens wegschicken. Nein, natürlich nicht, denn mir fehlen noch Blüten. Nein, na klar, mhm, ja, ich verstehe. Na komm, dann hauen wir das hier auch noch da rein. Schnitt. Aha. Bumps. Hau ab. Hau ab damit. Platt. Platt. Platsch. Okay, okay, okay. Okay, FR, buddy. Here k- She comes in. 掃除イ H sweet rice. Only at one hand You ride Geil, schnipp. Schnipp. Schnipp, okay, jetzt passt es schon nicht mehr. Bämf. Ey, guck mal hier. Das könnte ich heute eigentlich auch abstauben. Aber ... äh ...